Die Broncos im letzten Training vor dem Spiel von ihrem Leben. Die Anspannung ist gross. Das ist einfach das Beste, auch ultimativ genial. Der Claudio Schenker kennt die Stärken der Wiener, ist aber trotzdem zuversichtlich. Die Wiener sind sicher ganz stark und sind sicher nicht zu unterschätzen, aber ich denke, wie wir dieses Jahr gespielt haben, wie man unsere Performance zeigt, sind wir ganz stark im Rennen. Ich denke schon, dass die Chancen mehr bei uns sind als auf der Wiener Seite. Die Mannschaft ist bereit für das grosse Finale. Jetzt trennen die Broncos nur noch eine Nacht vor ihrem wichtigsten Spiel des Lebens.